Klaar, geh auf den Bogie. Ja, ich hätte ja auch noch einen Schuss. Oh, hier. Genau, deswegen, Doc. Genau deswegen. Sehr schön. Ach, Freya bringt wieder irgendwas mit. Ich seh nicht. Ein Schmetterling. Doch, was war nun? Letztens war es ganz lustig. Die war ein bisschen unfreundlich. Ich kam mit meiner Marke durch die Höhle durchlaufen. Und auf einmal hatte ich so 8, 9 Mobs hinter mir. Und das war dann ziemlich heftig, die ganze Töten. 8 und 9 ist ein bisschen viel, ja. Die durfte nicht mehr aufstehen. Entschuldigen Sie, junge Frau, ich hätte mal eine Frage. Huch, hab ich jetzt ans Feuer gelaufen? Ne. So. Aber normalerweise gibt's doch hier drin eine Quest. Wo zum Geier ist die Quest? Findet die Zuflucht höher. Ach ne, da ist ein anderer Quest. Ich glaube, wir haben vergessen die Quest anzunehmen. Draußen. Hä? Ach, das kann sein. Ne, warte mal. Doch, klar, wir haben keine Quest. Wir rennen hier einfach so rum, glaube ich. Ich glaube, wir müssen noch was raus. Ja, 40 Minuten haben wir ja noch. Ich schieße mal einfach durch euch durch. Ach, hier ist wieder Deals Grube. Das ist ein Kreislauf. Sehr gut. Wer ist denn das da? Vollstrecker. Die drei nehmen wir noch mit, ne? Ach, die drei. Der nimmt nen Trank. Der ist Sack. Nicht, mein Name. Gut. Sehr schön. Ja. Gibt's hier noch was zum Aufheben? Wenn hier schon so viele stehen? Nö. Nicht? Nö. Na gut, gehen wir wieder raus. Brauchen ja den Quest. Äh, wo? Wir können doch mal gucken. Okay, wir gehen dann. Wo wollte ich denn eigentlich lang? Wir gehen kurz raus. Gucken, ob draußen die Quest ist. Die müssen ja dann immer ziemlich in der Nähe sein. Muaha, ich bin alleine wie sie. Eine Eisenstreitachs. Jetzt müsste ich auch fast voll sein. Drei kann ich noch. Oh, die Rüstung sieht auch nicht schlecht aus. Ähm, wo geht's raus? Da ist ja wieder ein Unsichtbarer. Wartet doch mal auf mich. Ich will ja auch noch mit. Ach, das ist ja Freier. Freier steht dann wieder unsichtbar neben mir hier. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wahrscheinlich sei, dass er sich teleportiert hat. Ach, vielleicht weil du Level 6 bist. Kann natürlich auch sein. Nach Level 7 kannst du nichts sehen. Das ist natürlich möglich. Weil die Stufe zu hoch ist. Der Unterschied. Nee, muss eigentlich nicht sein. Ich kann mir erzählen. Ups. Das war die falsche Taste. Da ist ja ganz gut ein paar Quester drauf. Oh, der hat eine Glyphe bei sich gehabt. Sehr schön. Ähm, wo sind wir drin? Jaja, ich hab da... da... Es wollte sich noch jemand mit mir beschäftigen. Oh. Hallo, wo seid ihr denn? Wir sind schon draußen. Und wo haben wir die Quest? Ja, ich guck grad, ob ich sie draußen immer finde. Hm. Sofern ich irgendwann mal wieder ein Bild hab. Wir werden das immer so machen. Immer wenn wir uns treffen, haben wir uns vorher ein Level Cap vorgegeben. Diesmal hatten wir ein Cap von Level 8 vorgegeben. Deswegen hatte Rups auch schon Level 8. Und wir zwei kamen eigentlich kaum dazu zu spielen, ne? Du hattest ja den anderen Schaden auch hochgezogen, um die Glyphe dann quasi auch und so. Genau. Und, ähm, ja. Ich kam schlichtweg nicht dazu. Also... Und der Freier spielt sowieso schon zwei Tage früher. Hier draußen gibt's keine Quest. Ähm... Vielleicht ist die weiter innen. Du hast doch gesagt, mit dir hat jemand geredet, oder nicht? Wir können ja mal den Weg folgen. Ja, aber die Quest liegt schon irgendwo draußen. Hm. Manchmal ist auch innen. Wer? Also die Quest liegt nicht draußen. Und wo? Das war garantiert an dem Weg hier irgendwo. Vielleicht hinten an der Kreuzung? Keine Ahnung. Vielleicht hätten wir noch gesehen. Wir sind noch... Nee, den Weg ist wie so ein Querfeld eingelaufen. Stopp, 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 stopp. Lass mich mal ganz kurz was gucken. Und zwar dieses Reh hier. Gut, ne, er hat Windfleisch. Verdammt. Die Quest waren nie so weit weg. Niemals. Ich hab die doch auch schon gemacht, ne? Mit einem anderen Schaden. Da unten. Vielleicht nehmen wir mal die da unten. Na gut. Welche Quest? Wo? Hier steht nichts. Hab ich den schon angenommen? Wie heißt der Quest? Ja, wenn ich das wüsste. Ich hab hier nichts. Ne, das ist es nicht. Ich finde das Gefolge. Doch. Ne. Ne, 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 das ist er nicht. Das ist die Quest nicht. Du hast so einen komischen Ausschlag auf dem Rücken. Den musst du mal wegnehmen. Ich behaupte, wir kriegen die Quest innen. Komm, wir gehen jetzt da rein. Hm. Ich suche jetzt die Quest innen. Meinst du wirklich die sind innen? Ja. Ich behaupte die sind innen. Wenn nicht, dann halt nicht. Ich hab 90% bestimmt über 7. Wie heißt denn die Quest? Keine Ahnung. Hab sie ja nicht. Bei mir haben die kaum Erfahrung gebracht. Bei mir schon. Ähm. Doch steht bei dir irgendwas? Wie die Quest halt? Wir haben doch die Quest beide nicht. Ich hab die schon angemacht. Ja du, aber wir nicht. Wir sind Level 6, du bist Level 16. Ja, auch vielleicht hat Doc ja die Quest irgendwo angenommen. Äh, warte mal, ich guck gleich mal. Dann hab ich sie aber auch. Na, wir sind ja nicht jeden Meter zusammengelaufen. Ich hab eben die gleiche Strecke gerannt. Und haben mit keiner Person gesprochen. Richtig. Ne, wir sind ja eigentlich woanders hingelaufen eben. Wir wollten ja die, die Ketten lösen. Bist du schon drin, Doc? Ne. Ja, ich bin drin. Ich guck mal, da hat man die Quellen. Wo finde ich die? Ich behaupte einfach, dass wir hinten am Wasser vielleicht ne Quest haben. Wenn nicht, haben wir halt keine Quest. Hätte ich kein Tagebuch? Tagebuch. Oh. Das ist toll, das seh ich frei ja auch endlich. Nachdem er mal raus und wieder rein ist. Bööööööööööööööööööööööööööööööö. Nee, ich hab kein Quest. Ich hab nur was von Kenathis Rast, die muss ich noch machen. Moment mal. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, es bringt nichts, wenn du weißt, wie die heißt. Wir haben sie nicht. Ja, aber dann wirst du wenigstens, wo sie bekommen. Das wär ja schon mal ne Idee. Warum? Hä? Ach, Piedl, lass ihn mal gucken. Ja, ich lass ihn gerne gucken. Wir gucken schon mal vorüber. In der Höhle. Das dachte ich mir schon. Du kannst Schleim suchen. Wo denn? Jetzt lass mich doch grad schauen. Ja, vorher wissen wir, dass wir sie in der Höhle kriegen. Da ist da die Quest. Da guck, da ist sie. In der Höhle. Dann hat man die Quest aber schon angenommen. Ja, in der Höhle. Und dann die Flasche. Das könnte man den Höhle geben. Das könnte man nicht sagen. Das könnte man sagen. Ja, das ist das eine neue Strecke. Jetzt lass mich auch die Flasche auswählen. ist vom schurken was hätte ich auch machen kann was passiert dann und wieso sehe ich meine status effekte nicht kriegst dann schaden nein gar nicht wahr du kriegst keinen schaden du heilst dich wenn du schaden magst das so ein blutiges tagebuch ich schließe ich nicht vor den zweiten eintrag sie wollen die arbeit er dort umringen sich doch vor das darf ich nicht zu gleichen oder ich muss hier aufrechnen jürgermeister ich denke immer dann hab dich liebkötchen begonnen der räumtügel so und liegt schon ein bisschen länger geht nach matisse thematisen rezepte für was kochen ja ich muss welches haben komm wir gehen auch mal deine hände habe ich will sie haben habe ich gerade hier da muss ich aber nachher ein herrenhaus dann gebe ich es dir dann kannst du dir mal post schicken ja ich leuchte auch gerade aber ich habe es nicht für verbündeten glaube ich oder Moment lass mich kurz gucken doch siehst du mich? ja ja schon die ganze zeit klasse auslagen ne ich habe es andererseits gemacht ich kriege 25% hp mehr ich kriege 25% hp mehr hier hinten war ich glaube ich auch Stiefel! oh ich kann die Stiefel nehmen meine manchmal liegt doch irgendwo ein schwert rum oder ein Stiefel oder sowas ne? ja hinten habe ich so viel entrichten ja Rang 12 beim Bogen yes oh ne Zauberaxt warte mal muss ich was weghauen kann ich dir was geben? mehr komm, du hast bestimmt Platz wie Sau Aua ich, ich, ich und Blatt ja hey 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 ja finde ich gut hey Handelseinladung abgelehnt was bist du denn für... ich bin weggelaufen so warte machen ist abgehauen Eisenbeinschie ähm Doc ich hab sie ja wieder ich denk sie ist weggelaufen nein sie hab ich getötet die blöde Kirche hat mich geharren wo Lederstiefel oh ein Rezept mit Hürsetörtchen jetzt nimm doch mal was an von mir Lass sie mal ein bisschen was aufdrücken wie viel Platz heißt aber nicht auf den Char nicht auf den Char schicken wir's bitte als paar Post schicken wir's für Post auf dem Chai Store sowas nimmst du auch nicht oder wie? doch das kann ich nehmen oder ein paar Stiefel kann ich auch nehmen ja hab ich noch was schönes ähm Rezepte nimmst du nicht, wa? hab ich noch hab ich noch hab ich noch hab ich noch hast du noch was für mich? oh Leder ich hab auch im Anlass ja ganz viele Stäbe die du verbauen kannst aber hier hab ich nichts so hab ich schon ein bisschen Platz geschaffen ähm Freie hand ich jetzt auch mal an komm mal her jetzt kriegt er noch seine Hürsetörtchen äh Nachrichten senden an du kriegst das mal in Gilder Weise Zeug einmal kriegt er mich das da und das da rocken weil oh schnell du hast du machst Leder gell? ich mach Leder muss mich beeilen nicht dass hier irgendwo einer das da das da ne leicht jute nix die schick mal bitte die Rezepte per Post das wär toll hab ich auch grad ahja ok Moment weil ich bring auf dem Chart bring mal die Rezepte in die ins Grube? das kennen wir doch schon ok ah halt äh ich hab was das kennen wir schon ja 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 abschließend bevor die Gegner hinten wieder kommen ich werde angegriffen Freier mach jetzt haha dankeschön doch das ist bremst mach das ist bremst ich heb die ja gar nicht auf oh vielleicht deswegen weil wir nichts zum aufnehmen haben doch mittlere Rüstung 185er willst du die haben? nein ähm achso das sind Schuhe äh ne 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 Hosen Hosen ich hab grad glaub ich na ja 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 bitte Moment hm ist es angekommen? ha die Briefe noch nicht wow so du hast mir was geschickt? wir können keine Gegend ich kann den Kampf tauschen du hohohoho der liegt ja mal schön zack hatten wir die Hosen schon ausgetauscht? ja gut ähm ne der Briefe ist noch nicht da Freier hä was machen wir denn hier was machen wir denn hier? was machen wir denn hier? ich dachte sogar ich frage ob es da ist ne ich meinte ein DOB ich hab keinen Brief bekommen das Hissetouch mit Anahnen das Hissetouch mit Anahnen hab ich glaub ich schon oh da hat mir so nen Namen noch gar noch mal steht und warum schickst du mir das Hissetouch mit Anahnen zweimal? was schick ich? oh winziger Seelenstein geil ja hab ich schon 5 brauch ich jetzt noch einen ich hab noch einen mit denen es Grube ich bring das Level ab sehr schön sehr schön ach so auch gut aaaah hm kann ich dir auch was gutes tun? du stellst doch Rüstungen und Waffen her kannst du nicht diese komischen Waffen äh Rüstungssteine gebrauchen? wir haben mit einer Lage gekriegt äh Moment jetzt oh fertig mehr geht nicht es sei denn ich geb dir auch noch was cool kann ich dir entgeben nämlich doch die da ja na gut dann gib was mal rüber jetzt hab ich keinen Platz mehr der Brecht ich hab noch jeden ich weiß nicht mehr der Rest ist Pepboss ich hab locker 10 Eichenbogen ach das sind Eichenbögen auch gut ähm Leute hier vielleicht mal agieren ich log sie an ich log sie an ich log sie an hier ist ja gar nix in meinem Wirkungskreis ich will keine Kiste? echt nicht? ah cool da kannst du da war irgendwas mit mach das bitte nochmal mach mal den komischen Auge dann nochmal da kann man eine Synergie machen da kann man eine Synergie machen dann macht man den Schaden ich konnte auch Synergie machen aber der stand nur für ein paar Sekunden ja ja sie könnte ja sie muss hier irgendeine Taschenkombination machen mein Magier hat da auch sowas ich muss nur einfach X drücken oder X Angriff oh oh boah ich kann mich jetzt heilen ich hab ein Schwert was mich heilt so Gold ich hab mal eine Attacke die mich heilt bald innerhalb von 2 Sekunden stirbt mich heilt nicht ich krieg 83 Lebenspunkte pro Abzug von ähm 30 Mana ich glaub jetzt bin ich voll ich bin schon lange voll mhm der Höni hat mich hier ganz aus vollgestopft ausgestopft wir sind jetzt sowieso fertig wir können raus die Quest ist abgeschlossen die Quest ist abgeschlossen zumindest halt dieses Teil hier kann man die Fische mitnehmen? nö aber man kann auch fischen ich hab noch nicht die Köder einsetzen können wups da kann er was ein kaputt gemacht da ist ja noch mehr ich brauch Platz komm her ich hab doch keinen Platz mehr komm her ich hab ja noch ein Schild ein grünes wo rumfahren und noch grüne Armschäden die ich nicht einsam ja du schick's per Post dann schmeißt du mich fast weg was du nicht mehr von ich brauch den Post 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 ich bin nicht voll genau zwei Blitze ich werde angegriffen ich komm irgendwo glaub ich zumindest oder ihr war ne das war ich ja ähm feindkontakt ähm feindkontakt ähm wuhh ihr seht so frostig aus ja gold so geh mal raus ja würde ich sagen schlachten ist nach draußen das ist keine Kiste da finde ich ja draußen im Hafen mehr na nu alles klar Jungs ähm ja gut das kann ich nicht machen sonst verschwinde ich meine Pfeile meine schönen beim Feier hast du mir die Rezepte schon geschickt ne ne die haben auch wieder was für mich ach gold wie schön du gülden mich immer mit wie groß ist eigentlich dein äh deine oh also der Hönje wie groß ist denn deine 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 Tragefähigkeit ich ja wie oft hast du denn schon den Dings erweitert 71 gut ja 71 71 71 ich hab 70 71 ich hab 71 ich hab 71 ihr kommst noch 71 wieso keine Ahnung wo ich das hab ich muss ich weiß es nicht mehr da kommt ich glaub beim ähm beim Schmiede ich wollt sie zum Essen einladen aber sie wollte nicht in ihrem Laden Mist da gibt's bei bei der wie heißt es bei der Schmiede gibt's ähm drei oder vier Läden und eins davon ja schon aber wir kommen dann auf 70 nie auf 71 vielleicht macht das seine Stärke aus oder bestimmte Fee ähm Attributswerte das kann auch sein da ist ne Kiste die geht immer auf den bogey ne ne nimm mal auf mich ah ich mach das vorletzten vorletzten und den letzten na komm schon jawoll so was haben wir denn Eisenpanzer Schuhe des Lebens oh ich kann nichts tragen die Schuhe die Schuhe kann ich nicht mehr mitnehmen das ist ein E-Eisenschuhe kann ich noch was essen irgendwo hier was ja hm komm ich erstmal den Wermut 5 die Schuhe